Der achtfache Pfad Der achtfache Pfad bildet das Zentrum im Leben eines jeden Buddhisten. Ihm zu folgen zerstört die im Innern liegenden Samen von falschen Vorstellungen. Der edle Pfad zur sicheren Befreiung besteht aus rechter Anschauung, rechtem Denken, rechter Rede, rechtem Handeln, rechtem Lebenserwerb, rechter Anstrengung, rechter Achtsamkeit und rechter meditativer Stabilisierung. Das Wesen und die Funktion dieser einzelnen Glieder werden im Folgenden beschrieben. Rechte Anschauung ist, wenn wir uns im Anschluss an die Meditation durch analytisches Denken die folgende Anschauung zu eigen machen. Dies ist, was ich im Zustand des Gleichgewichts während der Meditation von den vier edlen Wahrheiten verstanden habe. Rechtes Denken heißt, auf dem Weg korrekter Schlussfolgerungen und auf der Grundlage eigener Erfahrungen zu überprüfen, wie das schon Verstandene mit den Sutren übereinstimmt, sodass ihre Bedeutung verstanden und erläutert werden kann. Rechte Rede bedeutet, anderen das Wesen der Wirklichkeit durch leere Diskussion und Schriften aufzuzeigen, ohne die Verzerrung einer auf Konventionen beruhenden Sprache, und sie zu der Überzeugung zu leiten, dass dies die vollkommene Anschauung ist. Das ist klare Rede, frei von Täuschung. Rechtes Handeln ist auf Klarheit beruhendes Handeln, das andere davon überzeugt, dass alle unsere Aktivitäten mit der Lehre übereinstimmen und mit aufrichtigen ethischen Vorstellungen harmonieren. Rechter Lebenserwerb überzeugt andere davon, dass unser Lebenserwerb angemessen ist, nicht vermischt mit Erzeugnissen eines unehrlichen Einkommens und frei von manipulierendem Verhalten, schmeichelhafter Rede und so weiter. Rechter Anstrengung bedeutet, wiederholt über das Wesen der Wirklichkeit zu meditieren, die bereits erkannt wurde, um dadurch ein Gegenmittel für die Illusionen und Täuschungen zu finden, die es auf dem Weg der Meditation aufzulösen gilt. Rechter Achtsamkeit bedeutet, den Gegenstand der Meditation beständig festzuhalten, damit Ruhe und Einsicht entstehen, welche als Mittel gegen die durch mangelnde Achtsamkeit verursachten Täuschungen wirken. Rechter Sammlung bedeutet, meditative Stabilisierung aufzubauen, die frei ist von ihr gefährlich werdender Nachlässigkeit oder Aufgeregtheit. Auf diese Weise dient sie als Heilmittel gegen auftretende Hindernisse und führt zu fortschreitender Verwirklichung der Qualitäten des Pfades. Der edle, achtfache Pfad Ein Weg, der aus dem Leiden herausführt Einige Menschen halten den Buddhismus für eine sehr pessimistische Weltanschauung. In den buddhistischen Lehren heißt es, dass alles leer ist. Das verstehen manche falsch und glauben, Leerheit sei etwas Negatives. Es ist richtig, dass im Buddhismus davon gesprochen wird, dass wir leer von einem eigenständigen, abgetrennten Selbst sind. Doch wir sind erfüllt vom ganzen Universum. Der Buddhismus kennt viele Tore zur Einsicht, viele Objekte der Konzentration und Praktiken des tiefen Schauens. Es gibt Menschen, die nur die Unbeständigkeit betrachten und dadurch erkennen, wie alle Dinge sich stetig ändern. Sie nutzen lediglich das Tor der Unbeständigkeit. Aber das kann für sie das Tor zur Erleuchtung sein. Andere betrachten Leerheit und auch sie können Erleuchtung erlangen. Wieder andere erkennen bei der Betrachtung des abhängigen Entstehens, dass viele Bedingungen erforderlich sind, damit sich etwas manifestieren kann. Sie sehen eine Flamme und wissen, dass nicht nur ein Streichholz, sondern auch der Sauerstoff, die Schachtel und die Person, die das Streichholz entzündet, zusammenkommen müssen, damit sich die Flamme manifestieren kann. Schauen wir tief in ein Tor hinein, erkennen wir auch alle anderen. Die Erkenntnis, dass es viele Wege zur Erleuchtung gibt, ist die Frucht unserer Praxis und bildet den Boden, die Grundlage von Moral und Ethik. Es gibt viele verschiedene Weisen der Konzentration, aber welche wir auch immer praktizieren, es muss rechte Konzentration sein. Wenn wir tief in die Natur des Leidens, unseres grundlegenden Unwohlseins schauen, erkennen wir, wie viel Spannung, Schmerz und Leid es in uns gibt. Unser Leid ist in unserem Körper, in unseren Beziehungen, in unseren Emotionen angesiedelt und dies beeinflusst unser Denken und Handeln in der Welt. Vielleicht fragen wir uns, was der Buddhismus tun kann, damit wir Spannungen, Schmerz und Leid auflösen können. Die Antwort lautet, er erinnert uns daran, dass das Leiden beendet werden kann, wenn wir dem achtfachen Pfad folgen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017